Traumhaft, schöne, große, 3-Zimmer-Wohnung, Dachbeschluss, in der Sanierung, Neuausbau mit Parkett, schön hohe Decken, wunderschön, superhelle Wohnung, großes Wohnzimmer, superhelle Decken, gehen wir mal in die andere Ecke, damit man den Küchenbereich sieht, mit Terrasse natürlich, riesiges Wohnzimmer mit offener Küche, schönes großes Küchenbereich, schöne Terrasse mit Unterstellmöglichkeit, da kann man was unterstellen, ohne dass es draufregend ist, den Grill zum Beispiel, wenn es dann regnen sollte, Blick in den Garten, alles neu saniert, schöne große Terrasse, Blick ins riesige Wohnzimmer, mit offener Küche, jetzt gehen wir durch das große Dielenbereich wieder durch, gehen wir gleich mal in das große Schlafzimmer, großen Fensterbereich, großes Schlafzimmer, hier kann man sich wohl fühlen, natürlich hier auch den Feuermelder schon rein, weil es dann neu saniert, ist ja erstbezug nach Sanierung, Neugestaltung, wenn wir zum Schlafzimmer kommen, da haben wir wieder den Blick ins große Wohnzimmer, gehen wir aber auch mal links rein, da haben wir den Garderobenbereich, mit großen Fenstern, natürlich auch sehr schön, schöner Schuhschrank für die Dame, jetzt haben wir das kleinere Schlafzimmer, Gehen wir mal in die andere Ecke noch mal, mit dem Blick in das kleine Schlafzimmer haben, natürlich schräge Wände, die habe ich gerade nicht gedacht, die Handwerker sind natürlich auch noch ein bisschen bei, die müssen noch ein bisschen sauber machen und Farbe, jetzt haben wir gleich das erste Highlight, wir haben natürlich ein schönes Gäste-WC mit großem Fenster, schöne Wandfliesen auch, gleich mit Spiegel und Lampe, jetzt kommt das Wichtigste auch mit für die Frauen und auch für die Männer, wir haben einen Wannen im Duschbad, schöne große Wanne, schöne dunkle Fliesen auf dem Fußboden und schöne hellte Fliesen an der Wand, schönes Fenster, wir haben Potts oben drin, wir haben Toilettenbereich, links daneben den Anschluss für die Waschmaschine, schönes Handwaschbecken, hinter das Hürschirm versteckt, die Handtuchheizkörper, vor allem die Badewanne ist das Highlight, schön Mittelausfluss, dass man auch zu zweit baden kann, damit der Partner nicht alleine baden muss, und dann haben wir in der Ecke nochmal eine schöne Eckdusche, dann sieht man die Potts nochmal, so und dann sind wir durch die 3-Zimmer-Wohn- und Dachgeschoss schon wieder durch, Erstbezug nach Vollsanierung, danke fürs Zuschauen, bleiben Sie gesund und gleich bis zum nächsten Mal. Dankeschön.